Hallo Ethan, wie geht es dir? Ethan, hast du Lust Zahlen zu lernen und Mauern zu durchbrechen? Toll, dann fangen wir an. Eins. Das hat Spaß gemacht. Gleich nochmal. Zwei. Juhu. Juhu. Drei. Juhu. 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 Vier. Juhu. 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 Sieben Acht 9 Gut gemacht, Ethan. Wir haben heute so viele Mauern kaputt gemacht und so viele Zahlen gelernt. Sollen wir sie wiederholen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Bis bald, Freunde! Hallo Dino, hallo Lukas, wie geht es euch? Dino, hast du Lust mit uns Formen zu lernen? Super, na dann wollen wir mal. Die erste Form, die wir suchen, ist ein Kreis. Dino, kannst du uns helfen, einen Kreis zu finden? Bravo Dino, du hast einen Kreis gefunden. Gut gemacht, Dino. Auf geht's zur nächsten Form. Dino, wir müssen ein Quadrat finden. Los geht's. Oh, da ist es. Du hast ein Quadrat gefunden. Super, Dino. Jetzt suchen wir ein Dreieck. Nicht wahr, Dino? Gut gemacht, Dino. Hier ist das Dreieck. Super. Wollen wir weitermachen, Dino? Jetzt suchen wir ein Rechteck. Das ist richtig, Dino. Du hast das Rechteck gefunden. Bravo. Bravo. Genial, Dino. Und jetzt, Dino, suchen wir einen Stern. Auf geht's. Geschafft. Du hast einen Stern gefunden. Aha. Bravo, Dino. Und jetzt müssen wir eine Raute finden. Bist du bereit? Toll, Dino, du hast eine Raute gefunden. Oho. Gut gemacht, Dino. Super, Dino. Dino, wir haben heute so viele Formen gelernt. Aha. Sollen wir sie noch einmal wiederholen? Ich glaube, Lukas braucht jetzt eine Pause. Bis bald, meine Freunde. Hallo, Dino, hast du Lust, mit uns Zahlen zu lernen und Züge anzugucken? Wie schön, dann lass uns anfangen. Dieser Zug ist rot. Dieser Zug ist gelb. Aha. Dieser Zug ist blau. Oho. Dieser Zug ist orange. Aha. Dieser Zug ist lila. Dieser Zug ist rosa. Dieser Zug ist rosa. Oho. Toll, wir haben heute so viele Farben gelernt. Dino, sollen wir sie noch einmal wiederholen? Aha. Dann fangen wir an. Rot. Gelb. Blau. Orange. Grün. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Aha. Dino. Dino, wir bräuchten dich heute, um ein paar Würfel einzusammeln. Kannst du uns helfen? Oho. Toll. Dann lass uns anfangen. Lass uns den gelben Würfel, auf dem die Nummer eins steht, aufheben. Oho. Oho. Und der kommt jetzt in den gelben Kipplaster. sehr gut, jetzt kümmern wir uns um die beiden roten Würfel mit der Nummer zwei darauf. Oho. Oho. Die beiden gehören in den roten Kipplaster. Jetzt kümmern wir uns um die drei grünen Würfel mit der Nummer drei darauf. Oho. Oho. Sie gehören in den grünen Kipplaster. Nun sind die vier schwarzen Würfel mit der Nummer vier darauf an der Reihe. Aha. Genau. Sie gehören in den schwarzen Kipplaster. Und nun kümmern wir uns um die fünf rosa Würfel mit der Nummer fünf darauf. Oho. Oho. Sie gehören in den lila Kipplaster. Und nun die sieben blauen Würfel mit der Nummer sieben darauf. Sie müssen in den blauen Kipplaster. gut, jetzt die acht braunen Würfel mit der Nummer acht drauf. Oho. Oho. Sie gehören in den braunen Kipplaster. Oho. Und nun die neun Orangen Würfel mit der Nummer neun drauf. Oho. Oho. Sie gehören in den Orangen Kipplaster. Und zum Schluss die zehn blauen Würfel mit der Zehn drauf. Sie gehören in den blauen Kipplaster. Gut gemacht, Dino. Wir haben heute so viele Zahlen und Farben gelernt. Sollen wir sie noch einmal wiederholen? Oh, oh! Und zehn. Auf Wiedersehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Ethan, hast du Lust, mit uns Ball zu spielen und Farben zu lernen? Aha! Super, dann lass uns anfangen. Ethan, kannst du einen Ball in die Tonne mit der gelben Farbe werfen? Gelb. Hm-hm. 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 Rot. Gemült. Rot. Oh! Brrrr. Rot. Brrrr. Brrrr. Brrrrr. Brrr. Toll, Ethan! Auf geht's! Grün! Klasse! O! Blau! O! Rosa! O! Super, Ethan! Das waren eine Menge Farben. Sollen wir sie wiederholen? Aha! Gelb! Rot! Orange! Grün! Blau! Rosa! Bis bald, Freunde! Hallo, Dino! Hallo, Alex! Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute mit uns Zahlen zu lernen? Super! Dann fangen wir an. Lasst uns einen großen Turm aus all diesen Würfeln bauen. Das ist Würfel Nummer 1. Gut, nun der nächste. Das ist Würfel Nummer 2. Und nun folgt Würfel Nummer 3. Vorsicht, Dino! Das ist Würfel Nummer 9. Würfel Nummer 3. Nein, nein! Nach Nummer 3 kommt nichts. Das ist Würfel Nummer 6. Sehr gut! Hier kommt Würfel Nummer 4. Nun kommt der Würfel Nummer 5. Jetzt Nummer 6. Nein, nein, nein! Das ist Würfel Nummer 6. Das ist Würfel Nummer 8. Das ist Würfel Nummer 9. Gut gemacht! Und jetzt kommt die Würfel Nummer 7. Und jetzt kommt die Würfel Nummer 7. Jetzt brauchen wir den Würfel mit der Nummer 8. Nein, nein, nein! Das ist Würfel Nummer 9. Nein, nein, nein! Das ist Würfel Nummer 9. Nein, nein, nein! Das ist Würfel Nummer 9. Und ganz zum Schluss die Nummer 9. Gut gemacht, Dino und Alex. Und ihr habt einen tollen Turm gebaut. Und wir haben so viele Zahlen gelernt. Lasst sie uns noch einmal wiederholen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf Wiedersehen, Freunde! Bis zum nächsten Mal! Juhu! 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 Lila Rosa Rosa Rot Orange Orange Grün Blah Blah Wow, Freunde! Wir haben heute so viele verschiedene Farben gelernt. Lasst sie uns wiederholen. Lila, Rosa, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Bis bald, Freunde! Wir sehen uns! Rot, Gelb, Neut! Brüllen! Orange Lila Blau Gut gemacht Dino, jetzt hast du eine Schatztruhe voll mit Lutschern und du hast heute so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Rot Gelb Grün Orange Lila Blau Bis bald Freunde, wir sehen uns. Ethan, hast du Lust mit uns zu kegeln und Farben zu lernen? Toll, dann fangen wir an. Rot Oh, das war klasse, Ethan. Gleich nochmal. Aha Gelb Grün Grün Oh, das war klasse, Ethan. Versuch es noch einmal. Jahi Grün Grün Gut gemacht Grün 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 Lila Grün 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 Blau Rosa Bravo Ethan, du hast so viele Kegel umgeworfen und so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Rot, Gelb, Grün, Lila, Blau, Rosa. Bis bald, Freunde! Hallo Ethan, wie geht es dir? Ethan, hast du Lust Zahlen zu lernen und Mauern zu durchbrechen? Toll, dann fangen wir an! Juhu Eins Das hat Spaß gemacht. Gleich nochmal. Zwei Hopp! Juhu Drei Drei Zwei Drei 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 Hopp! Juhu! Fünf! Hopp! Hopp! Ah! Sechs! Hopp! Juhu! Sieben! Hopp! Juhu! Sieben! 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 S معa' gracias Sergio! Sieben! 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 Hopp. Juhu. Neun. Juhu. Gut gemacht, Ethan. Wir haben heute so viele Mauern kaputt gemacht und so viele Zahlen gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und neun. Bis bald, Freunde! Hallo, Dino. Hallo, Marc. Wie geht es euch? Aha. Dino, magst du mit uns die Farben lernen? Awww. Super. Dann hüpf auf den Zug und los geht's. Hier ist der erste Halt. Welche Farbe hat das Gebäude? Aha. Rot. Bravo, Dino. Das Gebäude ist rot. Aha. Sollen wir weitermachen? Awww. Auf geht's! Und da. Untertitelung. BR 2018 Hier ist der zweite Halt. Und, Dino, welche Farbe hat das Lagerhaus? Es ist grün. Gut gemacht, Dino. Na dann, weiter geht's. Schau, Dino, hier ist ein Tunnel. Welche Farbe hat er, Dino? Du hast recht. Der Tunnel ist gelb. Genau wie du. Auf geht's zur Brücke. Untertitelung. BR 2018 Jetzt sind wir auf der Brücke. Und, Dino, welche Farbe hat sie? Richtig, sie ist orange. Weiter geht's zur nächsten Station. Hier ist der zweite Tunnel. Welche Farbe hat er? Rosa, du hast schon wieder recht. Und, Dino, schau mal. Welche Farbe hat der Kran? Du hast recht. Er ist lila. Awww. Also, Mark braucht jetzt eine kleine Pause. Nächster Halt, Endstation. Ach, Dino, welche Farbe hat denn die Station? Aha. Ja, richtig. Sie ist blau. Bravo. Gut gemacht, Dino. Heute hast du eine Menge Farben gelernt. Und, sollen wir alle noch einmal wiederholen? Das erste Gebäude ist rot. Das Lagerhaus ist grün. Der Tunnel ist gelb. Die Brücke ist orange. Der zweite Tunnel ist rosa. Und der Kran ist lila. Und zum Schluss, die letzte Station ist blau. Hallo, Dino. Wie geht's dir? Aha. Schau, da sind Geschenke für dich. Lass sie uns aufmachen und sehen, was drin ist. Dieses Geschenk ist rot. Dieses Geschenk ist grün. Ein Polizeiauto in grün. Dieses Geschenk ist lila. Dieses Geschenk ist blau. Ein Krankenwagen in blau. Dieses Geschenk ist gelb. Ein Bus in gelb. Dieses Geschenk ist orange. Eine Planierraupe in orange. Dieses Geschenk ist rosa. Ein Rennauto in rosa. Wunderbar, Dino. Was für tolle Geschenke. Und du hast viel über Farben gelernt. Sollen wir sie noch einmal wiederholen? Rot. Grün. Grün. Blau. Gelb. Orange. Rosa. Und lila. Bis bald, Freunde. Hallo, Dino. Wie geht's dir? Dino, hast du Lust, mit uns Zahlen zu lernen? Super. Dann setz dich hin und wir fangen an. Dino. Wie viele Autos sind da? Dino. Wie viele Autos sind da? Bravo. Da ist ein Auto. Dino. Kannst du uns sagen, welche Zahl das ist, Dino? Ja. Bravo. Das ist die Zahl zwei. Schau, da kommen noch mehr Autos. Wie viele sind es? Juhu. Das ist richtig, Dino. Drei. Und jetzt, Dino? Genau, da sind vier Autos. Wie viele Autos siehst du, Dino? Das ist richtig. Es sind fünf Autos. Wie viele Autos sind es diesmal, Dino? Bravo! Es sind sechs Autos. Kannst du uns sagen, welche Zahl das ist, Dino? Ja, es ist die sieben. Schau, da kommen ja noch mehr Autos. Wie viele sind es, Dino? Das ist richtig, es sind acht. Wie viele sind es jetzt? Ja, richtig, es sind neun Autos. Dino, wie viele Autos siehst du? Juhu! Juhu! Richtig, da sind zehn Autos. Das war's. Gut gemacht, Dino. Heute haben wir viele Zahlen gelernt. Sollen wir sie noch einmal wiederholen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, zehn. Bis bald! Abonniere! Hallo, Ethan! Wie geht es dir heute? Juhu! Hm. Kennst du die Namen von all diesen Tieren, Ethan? Nein. Kein Problem. Lass sie uns zusammen lernen. Juhu! 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 Ahaha! Ist schon okay, Ethan. Du kannst es noch mal probieren. Großartig! Du hast ein gelbes Pferd getroffen. Toller Wurf, Ethan. Du hast eine grüne Katze getroffen. Fantastisch, Ethan. Du hast einen braunen Hund getroffen. Versuch es noch einmal, Ethan. Großartig! Du hast einen blauen Vogel getroffen. Du hast heute so viele Tiere gefangen, Ethan. Lass sie uns wiederholen. Löwe Pferd Katze Hund Vogel Großartig! Bis bald, Freunde. Wir sehen uns! Hallo, Dino. Wie geht es dir heute? Was ist denn, Dino? Oh nein! Du kannst deine Süßigkeiten nicht essen, weil sie alle oben auf dieser großen Röhre festsitzen? Ist schon in Ordnung. Wir machen, dass sie runterfallen und lernen gleichzeitig Farben. Was denkst du? Großartig! Dann fangen wir an! Rot! Toller Wurf, Dino! Toller Wurf, Dino! Lecker! Grün! Grün! Sehr gut, Dino. Die Süßigkeit kannst du jetzt essen. Oh nein! Daneben! Ist schon gut. Du hast noch einen Versuch. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Blau. Orange. Gelb. Großartig Dino. Du hast alle deine Süßigkeiten gegessen. Oh, wirf mal einen Blick auf deine Zunge Dino. Die ist jetzt aber sehr farbenfroh. Bis bald Dino. Wir sehen uns. Hallo Dino. Hallo Dina. Wie geht es euch heute? Dino, ich denke Dina wünscht sich einen Teddy. Dafür musst du alle Ziele treffen. Hast du Lust es zu probieren und Zahlen mit uns zu lernen? Großartig. Dann fangen wir an. Dino. 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 Ja, 10. Du hast es geschafft. Bravo, Dino. Und Dina gewinnt ihren Teddy. Und wir haben heute so viele Zahlen gelernt. Magst du sie wiederholen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns.